Musik Wir haben hier noch ein Matches, das Fresse durch die beiden Täter nicht weit aufnehmen. Wir wollen im Allfeld und am Sox, die durchatmen, die das jetzt noch so gut sind. Wir werden es einfach. Bis bald. Von dem Allfeld, wir waren jetzt gleich bei den Trainern. Einmal Axel Hügel, Trainer bei USC Münster. Natürlich wurde der Trainer Edwin Werner. Wie soll es sehen? Ganz kurz die Satz Statistik. Erster Satz, 22 zu 25 für unsere Gäste, 26 Minuten. Satz Ausgleich durch Schnelli, 25, 23, Spielzeit 27 Minuten. Der dritte Satz, 25 zu 40, Spielzeit 21 Minuten. Und Hauptführer, der vierte Satz für den Schnelli-Wersee und der 7 zu 3 zu 1, 25, 22, Spielzeit 30 Minuten. So, jetzt hätten wir eigentlich einen Applaus gemacht. Gut. Axel, ich möchte dir das Mikrofon geben und dein Statement zum Spiel hören. Ja, ich möchte den Schnelli-SC gratulieren. Wir haben ein außerhalb im Winterland sehr gekämpftes Spiel am Ende verdient gewonnen. Ich bin ein bisschen traurig, dass wir am zweiten Satz, als Spurin eigentlich gewohnt war, als wir den Schotzeiten nachzufassen, die Schotzeiten nicht genutzt haben. Spurin ist sehr gut wiedergekommen, insbesondere auch durch die Flächspielmöglichkeiten sehr gut wiedergekommen. Wir haben ein bisschen unser Konzept verloren. Haben das nicht in den dritten Satz genommen. Am vierten Satz nochmal gut dagegenhalten. Also ich muss sagen, man merkt an Spurin, das ist erst das zweite Saisonspiel, weil diese Mannschaft kann sehr viel besser spielen. Das wird man im Laufe der Saison auch mal sehen. Man merkt bei uns, dass wir einen sehr guten Start gekriegt haben, dass wir vor unseren Verhältnissen gut spielen. Und auch gerade im Gegensatz, wo wir nicht gut spielen, trotzdem gut aussehen. Und das ist auch etwas, was für uns ja wichtig ist und das sagen wir, dass das ganze Spiel immer gemacht. Klar, ich denke, es war auch der Schotze zu gewinnen hier. Was wir vorher uns vielleicht nicht so ausgerechnet haben. Aber am Ende war der Sieg für Spurin sollte man. Ja, danke schön, Herr Axel. Wir haben jetzt kurz eine ganz lange Frage. Viel der Satz hätte es ja auch noch abreden können, dann hätten wir eventuell noch einen Teil mit gesehen. Ihr habt ja auch noch ein Fan angekommen. Ja, das stimmt. Also, die Tränke werden heute von sehr, sehr vielen Fragen unglaublich verbunden mit dem Ausstatt. Die Qualität, die wir im Ausstatt hatten war schon beeindruckend. Auch gerade am Ende des vierten Satzes, als ich es noch mal mit Ferien gelegt habe, das war schon sehr, sehr gut. Wir haben da ein bisschen anknüpfen und dann kommt das Publikum natürlich und lange Wahlwechsel. und die dann vielleicht, wenn ihr noch mal andersrum geht oder andersrum ausgeht, dann würde ich sagen, kann noch was passieren. Aber wir haben einen ganzen Tag gewonnen. Wir haben fast drei Tätze gut gespielt. Und wir müssen dann sehen, dass wir immer noch drei Tätze gut sind oder mehr Tätze gut spielen. Und was sagt der Trainer von OSC? Es wird mit einem Auszug aufgearbeitet, auf beiden Seiten festgearbeitet. Nö, ich finde, wir haben sehr, 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 sehr gut aufgestattet. Okay, das war es wahrscheinlich nur, dass wir jetzt hier im Ausfall. So, danke schön jetzt mal an Axel Bühne. Ich gebe es dir vor, dann gleich mal weiter an unseren Trainer Eddie Penn. Schön, dich dran. Aber wir haben es auch, oder? Ja. Ja, Axel hat es, glaube ich, sehr, sehr gut analysiert. Ich kann mal fassen, wie das stimmt. Auch von der einen Seite. Also zweitens hat es zwei Spiele in Charlotte. Und wir haben natürlich die Armehrenung gemacht. Also, unsere Annahme war total, total schreckt. Minus schreckt, als ich nicht gespielt. Und ich habe auch die Mannschaft gesagt, okay. Wir spielen das da immer. Ohne Annahme, wir spielen das. Und wir haben alles andere, was wir haben. Und da haben wir versucht, jeden keine Chance, die wir hatten, auszuwürfen. Auf mehr Risiko im Ausfall. Was profitiert in vielen Ausfallfehlen, aber auch massivieren. Ja, da muss man das Konzept ändern. Aber so geht es zukünftig schon gar nicht weiter. Also ein bisschen Betrag im Umbau. Es hat ein bisschen zu tun, dass wir unsere Systeme im Grund gebaut haben. Unsere neue Systeme. Ich bin ja aus Schindländer. Systeme im Grund. Ja, also Lisa zum Beispiel hat ja mit Axel Ruhandes gespielt als bei uns. Das ist wirklich eine schwere Aufgabe. Da kommen wir zu der Studie. Es ist an jedem Zeug normaler gewesen. Also das macht es vielleicht nicht einfach. Wir wussten, dass es eine heiße Zaunstrahl bringt. Ich denke, wir haben uns eingestellt auf Führungskette. Wir wussten auch einigen, dass wir in den Gründen gewinnen können. Und dieses Vertrauen hat jetzt mal in der Lüftezeit es ausgeschaut. Und in der wir dann aufgelenkt wird es als nochmals. Also ich glaube, diese Übersteuerung bringt uns manchmal weiter. Und bringt uns hoffentlich auch weiter. Das ist eine gute Idee. Dankeschön für den Abend. Herzlichen Glückwunsch. Herr Ruhandes, der Sportgruppe. So, wir kommen jetzt noch zu zwei erfreulichen Sachen. Axel Ruhandes hier. Aus seiner Sicht anstrengend am US-Rützer. Und jetzt ist er die Bluteste-Spielerin einer Stürmer Sportgruppe. Es ist ein Blut. Ich bin für Jannik Vögel. So, lasst uns heute unsere Hörer-Spielerin. Jannik Vögel ist der Spielerin von Axel Ruhandes. Und wenn Jannik noch hier am Halles, ich möchte es für ihn zurückstecken, weil die Blutgricht sie ja dann durch Axel Ruhandes überreicht. Und ich bin gerade wieder auf der Kopp. Als ich so. Das stellt sich hier noch mit den Bolzen. Stellt mich bitte kurz. So, und der Team, das gleiche natürlich. Es ist für Steven heute Abend beim USC Münster. Ja, das sind noch ein paar gute Daten. Aufschweizwahl am Start. Ich bin ein Koppiger. Und 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 ich bin ein Koppiger. Also ich darf es noch mal. Hier beim USC Münster festen spielen. Ben-Louis Moritz. Und ich bin Martin Vögel. Ja, ja. Ja, trotzdem mal alles gut. Ja, ich hoffe, sie ist da. Und Axel, ganz kurz noch. Nächsten drei Spiele für den USC Münster. Zuhause raus geht's. Ein bisschen fortfassen. Aachen. Genau. Wir spielen am Sonntag zuhause gegen Aachen. Ich denke, wir haben bisher noch ein Spiel sehr viel mehr gut gemacht. Ich denke, dass wir uns auch in diesem Spiel nicht verstecken müssen, dass die Fans, die mit hier waren, danke dafür nochmal. Bis den anderen erzählen, dass viele Leute kommen. Und danach sind wir in diesem Spiel. So, ich möchte hier noch mal bei uns hier mitbekommen. Damit es denn noch alles einheitlich aussieht. Nein. Ich hätte ja... Ach du weißt das? Ach du weißt das? Ach du weißt das? Ach du weißt das? Was ist das? Ja, das gibt's die Leute. Ich hätte morgen sehen, auch bei Stuttgart morgen noch auf welchen Stellung zu kommen. Aber das ist ja eine Dichtung, eine ganz, ganz heiße Spiel. Das ist nur ein gut für uns. Ich freue mich drauf. Also wirklich. Ich freue mich drauf. Weil da muss ich das Beste, was da auch bringen, morgen sein. Ich freue mich drauf. So, alles klar. Also. Auswärtsspiel in Stuttgart. Dann zu Hause gegen Potsdam. Den USA Münster wünschen wir dann gleich eine angenehme Einweise. Nach Haufen und kommt heil an. Und die beiden Trainern dürfen sich hier noch einen hinterblitzen. Du kannst natürlich auch einen Zuf oder hier ein Abhütter geben. Und ich wünsche mir, dass Sie dann am nächsten oder zum nächsten Halbspiel wieder sind, Herr Schall, Stimmung machen. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Kontakt, nach einer anderen Woche. Großen und Berge ein Geschenk.